Seit zwei Wochen ist der 05er, seit einer Woche lebt er in Mainz. Auf ein Wort mit Karim Onisivo. Karim, der erste Eindruck von Mainz ist? Sehr gut. In Marbella habt ihr bei 20 Grad trainiert, wie ist es jetzt bei Minustemperaturen zu trainieren? Ein bisschen anders natürlich, es war sehr schön in Marbella, aber da müssen wir durch und das wird uns dann helfen auf jeden Fall in der Saison. Trainingseinheiten in Mainz unterscheiden sich von denen in Österreich? Ja, um sehr vieles. Zum Beispiel? Intensität, Qualität, Genauigkeit. Mit Mainz 05 möchtest du? So weit wie möglich nach oben. Am Samstagmittag werde ich? Hoffentlich im Kader dabei sein. Was weißt du schon über Fasnacht? Wie bitte? Was weißt du schon über die Fasnacht? Noch nicht viel. Noch nicht viel? Nein. Okay, vielen Dank. Danke. Danke.